So, sind wir zurück. Na, wem muss ich denn jetzt? Ähm, hier? Ja. Und wir dachten, er ist auf meine Kräfte aus. Aber aus irgendeinem Grund hat er die Wüste verlassen und ist jetzt auf dem Weg nach Brunheim. Das kann nur eins bedeuten. Er will zum Urwerk kehren. Mit den Kräften, die er sich angeeignet hat, könnte er die Barriere zwischen unserer Welt und dem Reich der Weathering zerstören. Dann würden sie in Massen über uns hereinbrechen. Sucht den Transportmeister. Macht euch nach Brunheim auf. Sobald ihr könnt. Ja, okay. Dann, äh... Ihr habt eine Quest bekommen. Auf nach Grunheim. Transportmeister. Wie viel Point haben wir denn mit? Schon wieder viel zu viel. Hier, 31. Zack. Äh, Hund? Ich verwalte das mal. Da mal näher noch. 200, da konnte ich ja nicht benutzen. Das ist, äh, eine Heilskette. Der bringt, glaube ich, auch Wort, ne? Die kann ich noch gar nicht benutzen. Scheiße. Das Ding. Das bringt gar nichts. Äh, das Ding bringt auch nichts. Das bringt auch nichts. Zauberhalten. Würde ich Pistole brauche ich nicht. 175 Schaden. Würde ich mit so einer Axt, ey. Kann ja nichts. So, hier. Die kann auf jeden Fall was. Da kann ich noch nicht anziehen. Da kann ich noch mal so ein Auge anlegen, ja. So. Hätten wir das. Dann, äh, suchen wir mal den Rüstmeister hier. Über den, den komischen Typen da. Wo ist er denn? Achso, muss er unten lang. Ähm. Da ist er. Transportmeister. Nicht Rüstmeister. Dann bring ich mich mal nach Grunheim. Oh, ja. Fahrt denn er da noch? Ich muss doch dahin. Der Alchemist ist unterwegs zum Urwerk-Kern. Und bei sich trägt er Ordraks Herz. Die Kraft der Wächter macht es stark. Mächtig genug, den Kern zu sprengen. Wenn das geschieht, wird die Verheerung unvorstellbar sein. Tja, sucht Professor Art Sticker. Akt 3. Gemischte Warenhändler. Was hat denn der? Äh, alles was ich schon hab eigentlich. Sammelt erlesene Dinge. So, Zaubersprüche. Ja, die hab ich auch irgendwie noch gar nicht großartig irgendwie aus Gerüste glaube ich. Frost 1. Ich darf noch nicht mehr von hab. Das war glaube ich gar nicht so wichtig. Das war grünes. Äh, hier. Was war der für ein Viech? Aha, irgendwelche Pilze und so. Ja, können wir mal. Muss ich da unten lang. So, was haben wir hier denn noch? Was hat er? Wärt ihr bloß früher gekommen? Der Alchemist war etwa vor einer Stunde hier. Er hat das Lager verwüstet, ist dann durch die große Tür dort gegangen und hat sie hinter sich versiegelt. Wir glauben, die Tür führt zum Uhrwerkkern. Wir haben sie nicht aufbekommen, wissen aber theoretisch wie es geht. Seht ihr diesen zwergischen Automaten? Er dient dazu, die Tür zu öffnen, aber ihm fehlt die Energiequelle. Auf dem Schrottplatz findet sich gewiss einer, aber für uns ist es dort zu gefährlich. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Ja, kann ich ja mal nach Dücken gehen. Ihr habt eine neue Quest. Aber wir machen erstmal die Quest von dem anderen Viech da unten. Ob doch immer das sein soll. So, guck mal hierfür Viecher rumrennen. Bis jetzt noch gar nichts. Bis jetzt noch ein Heilungsdingen. Oh, ist doch was. Was hat denn? Flusssporen. Level 36. Aha. Ist doch höher als ich. Okay. Okay. Ich bin nur Pilzsporen hier jetzt auf das Gegner. So langweilig. Oh, hier. Was ist er denn? Irgend so ein Blutstopp. Oh, der steht da oben. Okay. Was hat denn? Ein bisschen fies war es hier, oder? Eine Bronzehaube. Ja, die nehmen wir auch mal mit. So, dann gehen wir hier rum. Da ist ein Spile davon. Mhm. Mann, ey. Drecksviech. Ich mach so ein Riese. Dicken Heiltrank. So, weg mir durch. Das Viechern. Noch mehr. So. Warte, vielleicht auch die Fußschächte kaputt machen. Riesiger Heiltrank. So, jetzt muss ich was ausleveln. Können wir da noch nehmen. Nur davon ein Ball. Und dann noch hier wieder zwei Stück. Ein 3 und ein 1 und ein. So. Wollen wir noch mehr Power. Kaliber 12, ganz sauber halten. 베 combat. Wie? chewing Fine. Und... Und... ... ... ... geh doch weg weg mit dir also da bin ich gewesen dann laufen wir mal hier rum irgendwelche Viecher weh ich hier so mit den Pilzköpfe war auch keiner geh doch weg da fliegende Viecher gibt auch noch wieder aus dem Boden raus noch zwei drei Stück sogar noch mehr weg eh dachs Viecher da oben muss ich lang so hier weg dritte Manny Kaliber 12 brauche ich auch nicht so was haben wir denn hier der blaue Boletus ok holen wir den mal raus so einen blauen Boletus was hat denn hier er ist ja total verzwickt du das kappe so sicherlich so sicherlich gut weg das gold nehme ich aber mit wenn das hier schon so rumliegt gut ich greife den Typen an der selbst und sie die du Was ist das? Mann, 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 war da mal den Gelumpel um ey! Guck mal! Das ist ein Rieseffiziener. ein paar blieb mal frische hier weg Tup 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 Was ist denn? Was ist denn? Boah, was ist denn? Rätselhafte Kralle Aha Gehts hier noch irgendwo weiter hin? Oh ne Brücke Truhe Glutsteinsplitter brauchen wir nicht Noch ne Truhe Komm lande Kann ich hier ein Poff von den Kappes hauen So, hier waren wir auch noch nicht Dann gehts noch weiter 7 Gold Irgend so ein Viech hier Was ist denn? Ist das denn? Komm ich denn da oben hin? Kann ich irgendwie da hoch Oh 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 So Ich geh mal nach oben So Ich geh mal nach oben Oh Weg mit dir Oh, ich hab Gold vergessen Ein bisschen Gold Wieso Wieso ich hier überhaupt hin muss? Weg mit euch eh Blöden kleinen Drecksviecher Dürugen Dürugen Döring Döring So Döring 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 Komm her Jetzt komm ich nach unten hin Wo ist denn der Eingang? Oh hier So haben wir dann hier Ist noch einer rübergeblieben Geh weg Denk mal ich muss da oben rum Wo auch sonst hin